Okay, wird noch relevant. Blümchen? Hm. Die Messerchen. Hm. Können wir mit ihr reden? Ja. Hey Gamora. Are you, uh... Are you okay? This might have been our only chance to catch Nebula. And I... She could be gone by the time we find her. And then... I don't know what happens then. I'm sorry, I... I, I really don't want to talk about it. Hm. Okay. Nebula ist wirklich wütend. Oder enttäuscht, oder... Wo ist sie? Groot? Oh yeah. Lucy Rudolph? This is funny how alien all my earth junk starts to look after a while. Komm schon! Okay. Nicht sterben auf mich! Nehmen Sie ein paar Hilfe mit dem? Nein, nein, ist alles gut. Nur, es geht aus, immer wieder. Ah, wasser. Ich glaube, ich habe etwas in der Entfernung in der Entfernung, um zu fixieren. Willst du sprechen, dann bin ich da drin. So, wir haben immer mehr, oder ein bisschen mehr von der Betthöhle erreicht. Stück für Stück. Da wir am Ende eh nach oben müssen, würde ich erstmal alles abgeben, was wir jetzt noch sonst so machen können. Wir müssen ja jetzt mehr darüber erfahren, was Groot jetzt vorhat. Äh, was Rocket vorhat. Weil ich Groot sehe, sag ich Rocket. Äh, Omicat. Ich bin Groot. Oh, das ist gut. Das sieht er genauso. Und er macht sich auch Sorgen. Oder er hat sowas gesagt, du machst dir zu viel Sorgen. Warte, warte. Warte, warte. Wollen diese Parts nicht in der Schrift oder was? Hey Rocket. Hi Quill. Quill, ich lasse dich allein. Nachdem, Quill. Die Kohle-Emissionen sind gut. Die Engel-Emissionen sind alle schmutzig. Einige rote Lichter blinken. Das ist wahrscheinlich gut. Wir haben ja Yondu auch mitgenommen. Also das ist nicht nur Drax, sondern auch Yondu. Wir fangen mal mit Drax an. Use the pilot station to travel. Noch nicht. Hey Drax. Hallo. Wenn Thanos alive war, war ich ein Krieger, mit einem einzigen Ziel. Aber jetzt, bin ich nicht mehr. Die anderen haben das sehr verehrt. Vielleicht sollte ich es sehen. Ich habe gebeten hier. Ich habe gebeten, während du und Gomorra denken, Hala. Auch dann. Du brauchst mich nicht mehr. Oh, nicht so. Ich will dich immer wieder, Drax. Danke, Quill. Ich hoffe, dass ich nicht schweißen, mit deinem Freund. Es ist sicher, dass meine Fähigkeiten, sie nicht mehr so helfen, wie ich erwartet habe. Du solltest versuchen, zu sprechen mit anderen. Vielleicht können sie dir etwas anderes lernen, helfen dir zu finden, ein neues Ziel. Wer würdest du sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. dass sie einen von ihnen wollen. Ja? 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 Ich bin mir da, dass sie dich über diese Dinge zu empfehlen. Unless du nicht möchtest, zu sprechen. Wichtig? Ich bin so verrückt. Diese Visionen, sie... sie sind reale. Visionen können nicht reale, Peter Quill. Das ist warum sie sind Visionen. Wenn ich sie sehen, dann würde ich auch bemerkbar. Nicht agitiert, wie du bist. Okay. Agitation ist für die Wege. Gut zu wissen. Danke für die Pepp-Talk, Drax. Wirklich groß. Du bist willkommen, Freund. Ja. Also... Huh. Hilfreich kann er. Der Drax. Drax wird von Gamora lernen. Okay? Nicht auf das. Nicht auf das. Ich habe dir das Schiff gegeben. Oder zumindest denke ich es. Ich kann es kaum erkennen. Schau an all diese Scheiße, die du ihr zu erinnert hast. Was machen wir denn da jetzt mit? Mit diesen ganzen Nachrichten. Lass ich euch die einfach so kurz stehen und lese ich die jetzt vor. Ich kann die auch schnell vorlesen. Ist auch gar kein Problem, ne? Aber es ist halt doof mit Englisch. Ich müsste halt immer auch danach noch übersetzen. Deswegen würde ich fast sagen, für die, die es interessiert, ist es jetzt grad da. Und dann... From the way he talks about them, Hovart and Kamaria were Drax's whole world. Also ein bisschen was über die Familie. Über Drax selbst. Known as Little Destroyer. Update. I thought Drax would be happier with Thanos dead. But something seems to really be bothering him. I hope he's okay. Die Erde. Und... Last time I was on Earth, Michael Jackson's bed was burning up the charts. It's probably only gone downhill from there. So I haven't really bothered to go back. No matter where I am. Though... I'll always... It'll always be home. Gemorra. Update. Noch nichts. Sie seid böse auf uns. Gut. Update. Note to self. Don't get him drunk. The bathroom will never be the same. Half world. Da fangen wir jetzt in. Um... Rocket doesn't talk about his past much. But when he does, it's not actually uplifting. I know it involved being experimented on. But whenever I ask about it, he changes the subject. Now he wants to use the relic. But who is he trying to bring back? Holla. Holla. Well, she can't have it. Nowhere. Ah. Meredith Quill. Miss you, Mom. Known aliases? Mom. Nebula. Update. Sounds like Amara gave her sister a call and Nebula is not happy. Just won't come back to bite us in the ass, right? Oh. Nova Corps. Apparently the Nova Corps have tangled with Rocket more than a few times. Can't say I'm really surprised. What the hell? Thanos is finally dead and now suddenly Rocket wants to leave the Guardians. On one hand, he's probably earned a break. But on the other hand, I don't know. Star Lord. Hero outlaw devilishly handsome ladies man. I don't know. I don't know. At least he was until we killed him. Booyah. But seriously. I'm still sort of scared of him. Even though he's dead. Is that the right one? Collector. There we are not. I don't know if we are there yet. Tan-ne-lea-ti-wan. The name can I never notice. Collector is just what it is. The Kree. Lass us. Like I said. If you want to read it, you must pause. That's the ship. Also Hala's ship. That's our ship. Inherited. Yeah. That's Yondu. Yondu U Donta. Leader of the Ravagers. And the Ravagers. Old Friend of Mom. That was me not aware. So. Massage. Cosmo. Schreibt in caps locks. Nova Headquarters. Please let us know whether you are still alive at your earliest convenience regards Nova Headquarters. Status Report erfordert. Universal Church of Truth. Das wäre die Werbung, ne? Groot. To Peter Quill. What? Was können Groot schreiben? Achso. Ich wollte ja sagen. Wieso kann Groot schreiben? Oder er schreibt. Das wäre eigentlich interessant. Wenn Groot schreibt, schreibt er auch nur I am Groot? Oder schreibt er richtige Sätze und Wörter? Die wir alle verstehen? Das wäre sehr interessant. Das wäre anders geschrieben auf einmal. Egal. 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 Okay, jetzt sehen wir Rocket General. Der Subjekt sieht gut aus dem Programm zu reagieren. Die Verteilung sind gut. Es gibt noch keine Reaktion des Artificiales oder Neural Implanten. Der einzige, der nicht ein totaler Fehler war. Alles ist auf dich, mein kleiner Freund. Die Verteilung sind gut. Du bist okay? Ich hörte dich in da. Diese Stücke sind nicht genau so gut. Nicht, dass er sich interessiert. Der Mann... Ich will ihn nur auf den Kopf schmerzen. Ich probiere das mal. Es war nicht gut. Das ist eine Otter, ne? Also... Du hast es? Du meinst das? Das? Warte, das ist der richtige Punkt, ist es? Ja, das ist es. Wenn der Computer fertig ist, können wir endlich aus hier rauskommen. Lila, ja. Ich dachte, sie wäre auch seiner Rasse. Dad! Schön. Du machst das so leicht aussehen. Power-Source. Designed by yours truly. Okay. Moment der Wahrheit. Geh an und geh auf die Unterseite. Awee. Awee. You know, your ear twitches when you're frustrated, right? It's cute. Oh, yeah? You're cute. I meant that as an insult. I'm so offended. Why do you keep doing that with your face? It's called smiling. You should try it sometime. Happy? Happy? Now, all I need is a display and we're in business. Yes. Now we just sync it to the facilities network. I keep having that dream. Still? I'm outside again. In the fresh air somewhere. It's warm. Bright. Can't hear a thing except the river rushing by. It felt so real. I can barely remember. It's been so... Long. But in this dream... I don't know. I'm almost there. That's a nice dream, Lila. I promise, you'll see it again. Just you wait. Spent our whole lives waiting. We have to get these cages open. There should be a hallway just outside that door. From there, we make a break for the main entrance. When I get out, I'm gonna find that place. And I want you to come with me. We'll find the river. I know it's gotta be out there. Will you come with me? I'm going wherever you're going, lady. We'll find home somewhere. Hide it, quick! Subject 89 P14. Still no progress. Begin prepping lethal injection. Rocket... I can't... I can't lose you. Don't lose hope, okay? This isn't over. You hear me? Rocket... I... Lila! Lila! I can't... I can't... I can't... I can't. Lung! We gotta move. What are you doing? Come on! Lethal injection. No. Thought maybe I'd make it. Slower than I thought. No, no, we're so close! You have to make it, Rocket! There you are! Kill them! I'll create a distraction. Buy you time to get out. What? Survive, Rocket! Go! Go! We need to get out now! I'm not asking you again. If you're gonna run, run! Come on! We're getting out of here! Both of us! Rocket, please! I've got you! I've got to get out of here! Ich will! Ich will! Ich will! Let's gooo! Wir schaffen das nicht! Aber das ist egal, wir schaffen es doch grad so. Es ist schön, nicht wahr? Ich wusste es. Lila? Nein, nein, Lila. Nein, nein, Lila. Du hast kein Recht gesehen. Das sind meine Erinnerungen, nicht deine. Das war's. 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 Und optional. Also rein vom Gefühl auch so, ne? Außer, dass Rocket jetzt vielleicht bleibt. Danke. Für, you know, mit mir. Immer. Ja, krass. Ich weiß, du hattest andere Dinge, was zu tun. Irgendwann, Rocket. Was für Freunde? Oh, nein, 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 nein. Komm schon. Bitte nicht das. Ich muss gehen. Gut, du Alberts zurück. Looks like Nebulae started tearing up the Nova Corps outpost. Hopefully, we can still catch her. We can do it if we BNQ it. Visit the pilot station. Bei so weit. sonst können wir nichts machen also machen wir das direkt